Vielleicht ist es Ihnen ja auch schon aufgefallen, wenn Sie mit einer EDIUS Demo-Version arbeiten, haben Sie nicht die Möglichkeit, in der Hilfe das EDIUS PDF-Handbuch aufzurufen. Gehen Sie auf www.idius.de im Bereich Testversion und Downloads auf EDIUS Testversion. Dort finden Sie den Installer für die integrierte EDIUS-Hilfe. Wenn Sie anschließend EDIUS neu starten, gelangen Sie über Hilfe direkt zum PDF-Handbuch. www.idius.de www.idius.de